So, da sind wir schon wieder zurück mit neun Aufgaben. Die erste Aufgabe, die ich gerade schon direkt machen werde mit euch zusammen ist, modifiziere ein Fahrzeug mit einem Kuhfänger. Was ein Kuhfänger ist, seht ihr hier unten bei mir in der Itemliste. Einfach vor das Auto und zack, schon habt ihr die Aufgabe gelöst. Müsste eigentlich, denke ich mal, jeder verstanden haben soweit, was man machen muss. Wie gesagt, einfach in die Hand nehmen. Bei mir jetzt mit Controller, mit L2, einfach da mit R2 werfen, zack. Und so halt gegen das Auto natürlich, damit ihr das dann auch annimmt. Und ja, mehr müsst ihr halt nicht machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst natürlich gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und hauen uns rein. Ja, die Krähe. Hä, was haben wir denn jetzt für ein Problem? Warte mal. Mein PC spinnt wieder ein bisschen rum, aber Aufgabe ist erledigt. Ich hole euch einfach mit. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Also, in dem Sinne, haut rein.